Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier. Heute sind wir auf einer ganz besonderen Fläche, auf der wir vor drei Jahren oder so schon mal waren. Da haben wir auch ein Video aufgenommen. Wir haben richtig, richtig coole Sachen gefunden, unter anderem auch sehr alte Münzen. Und deswegen denke ich, dass hier noch ein bisschen was zu finden ist. Der Eigentümer hat mittlerweile gewechselt, deswegen muss ich mir zumindest die Erlaubnis neu holen. Die Genehmigung habe ich aber für die Fläche und wir sind hier außerhalb eines Bodendenkmals. Also in gewissem Abstand natürlich, aber relativ dicht an einem Stadtkern mit Stadtmauer und so. Deswegen erkläre ich mir halt die sehr alten Pfunde, die hier teilweise kommen. Und ich bin gespannt, was wir heute finden. Ich habe meinen Detektor und alles im Rucksack. Das werde ich euch nach dem Intro nochmal zeigen. Und dann drückt schon mal die Daumen, dass wir heute wieder gute Pfunde machen. Aber ich bin ein ganz guter Dinge, dass es heute gut läuft. In meinem Rucksack habe ich natürlich den Metalldetektor, Fundtasche, Pinpointer, ein neues Grabungsfässer. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das ist ziemlich cool. Hat den richtig schönen, weichen Griff. Ja, das werde ich heute mal ausprobieren, aber macht es auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck. Ansonsten habe ich hier natürlich noch die Spule des Metalldetektors drin und den Rest, den könnt ihr ja alles, brauche ich euch nicht zeigen. Achso, übrigens noch eine kleine Sache. Das ist nicht die Fläche, wo wir suchen werden. Die befindet sich auf der Seite. Aber ich will nicht genau zeigen, wo wir sind. Das liegt nicht daran, dass ich hier nicht suchen darf oder so, sondern weil es jetzt schon einige Male vorgekommen ist, dass Zuschauer dieser Videos halt auch auf die Flächen gegangen sind, ohne die Genehmigung zu haben, ohne die Erlaubnis des Eigentümers zu haben. Und deswegen vermeide ich einfach, die Orte so richtig zu zeigen. Ich bin im Ausland und wirklich fernab von Deutschland, fernab von den Leuten, die die Videos gucken. Und kann mir da sicher sein, dass halt nicht die Leute einfach drauf suchen gehen. Es kommt echt ganz selten vor, aber es reicht ja schon, wenn es ein, zwei Mal passiert, dann verliere ich vielleicht die Erlaubnis des Eigentümers, weil jemand seine Löcher nicht zumacht oder sonst was. Und ja, deswegen nur noch mal zur Erklärung, warum ich nicht so viel zeige von dem, wo wir suchen. Aber ja, was wir finden, das wird sicherlich spannend heute. Alles zusammengebaut, alles eingeschalten. Und wir wollen mal probieren, was hier so geht. Alles klar, erstes Signal für heute. 74er Leitwert. Klingt mir so, als wäre es relativ tief. Und wir gucken uns das Ganze mal an hier. Eine Patronenhüse. Okay, nichts Besonderes. Bodenstäbe kann ich euch versuchen einzublenden, aber wird vom Jäger sein, denke ich mal. Oder vielleicht auch älter. Stecken wir trotzdem ein. Uh, das ist ein perfektes Signal. Wenn direkt das zweite Signal in Münze ist, dann würde es auf jeden Fall wieder für diese Fläche hier sprechen. Das ist ein 85er Leitwert, relativ kurzer Ton. Ihr wisst mittlerweile, die Signale habe ich am liebsten. Nicht ohne Grund. Und da seht ihr, warum ich diese Signale so mag. Es ist eine alte Münze, oder? Ja, ja, kein Knopf. Oh nein, es ist wirklich ein Knopf, oder? Ah, sah so gut aus. Egal, sieht trotzdem gut aus. Es ist, glaube ich, auch was drauf. Eventuell handelt es sich um Knopf oder das, was ein bisschen angebabst dran in der Mitte. Kann ich noch gar nicht sagen, aber es sieht mir doch nach Knopf aus. Schade. Okay. Egal. Trotzdem schöner Fund. Wird auf jeden Fall auch ziemlich alt sein und kommt deswegen ins Coinpad, damit es nicht weiter beschädigt wird. Machen wir später sauber, beziehungsweise habt ihr ja schon gesehen. So, Loch wieder zu. Schön alles verdichten. Dann geht's weiter. Ja, das ist 82er Leitwert, aber klingt mir ziemlich nach einem Mö-Signal. Das ist ziemlich unsauber. Jetzt wird sogar gar nicht mehr angezeigt. Das heißt, es könnte sogar Eisen sein. Ja. Oh, nee. Das ist ein Messer. Krass. Also demnach ist es ja dann tatsächlich aus Eisen, zumindest teilweise. Das würde den komischen Leitwert erklären. Teilweise gut, wegen hier, der Beschläge. Und die Klinge ist natürlich aus Eisen. Worauf das hier ist, wahrscheinlich Holz. Ey, mega. Richtig cooles Teil. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das sauber kriege hier und ob ich es sauber kriege. Aber es sieht aus wie ein schönen alten Taschenmesser. Und noch komplett. Das ist die Hauptsache. Cool. Aber hier kommen wirklich alle zwei Meter ein gutes Signal. Beziehungsweise gute Signale. Und das habe ich anders in Erinnerung gehabt. Das war damals auch ein anderer Detektor. Aber der hier ist noch ein bisschen besser auf jeden Fall. Von daher werde ich auch noch mehr Sachen finden als beim letzten Mal. Obwohl ich da schon ein paar gute Sachen hier weggefunden habe. Quasi weggefunden. Was ist das? Ach, das ist ein Knopf. Interessant. Ist da auch was drauf? Ach, das blende ich euch einfach mal ein. Das ist ein Hohlknopf auf jeden Fall. Schön. Ein ganz, ganz schwaches 85er, aber es könnte gut sein. Hier steht das Wasser auch ziemlich auf der Wiese. Weil der Boden an sich ist schön, schön weich. Gute Blumenerde wahrscheinlich. Jetzt werde ich angerufen, aber ich kann jetzt gerade nicht. Ich habe hier nämlich eine Münze gefunden. Und zwar eine richtig schöne. Und ich glaube, es ist sogar eine Silbermünze, auch wenn sie gerade nicht so aussieht. Und da ist sie. Ein Silbergroschen. Sehr cool. Wirklich eine Silbermünze. 1865, wenn ich es richtig sehe. Komplett rot angelaufen. Mal gucken, ob ich diese wieder sauber kriege. Aber ich denke schon, die kriegt man wieder gut sauber. Sehr gut. Direkt erstmal eine Silbermünze hier als erste. Und die aus dem 19. Jahrhundert. Auch nicht schlecht. Habe ich auch lange nicht mehr gefunden. Die mag ich. Die mag ich sehr. Und da haben wir doch auch schon wieder einen zweiten Fall fürs Coinpad. Das ist eine richtig schöne Münze. Die ist auch noch perfekt erhalten, abgesehen von der Farbe. Oh, 88er Signal. Sehr, sehr tief im Boden. Vermutlich zumindest. Aber der Ton ist super. Alles sauber. Also gute Chancen auf was Gutes wieder. Ist sogar immer noch drin. Das müsste jetzt mindestens 25 cm sein. Also ist es vielleicht auch ein bisschen größer. Oh ja, was ist das? Oh, warte, das ist ein Ring, oder? Oh nein, vielleicht auch nicht. Das sieht aus wie ein Ring. Aber auch nicht richtig. Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich eher doch kein Ring. Aber es sieht etwas älter aus. Egal, vielleicht weiß einer von euch das. Vielleicht ist es ja doch ein ausgefallenes Stück hier. Egal, nehmen wir mit. Machen wir sauber. Vielleicht haben wir doch Glück. Aber übrigens, so wie ich hier gerade knie, fällt mir gerade auf. Der Sponsor des heutigen Videos ist Revolution Race. Und dazu werde ich euch einiges erzählen jetzt. Denn ich habe hier so Knieschützer drin. Und ich kann einfach die ganze Zeit so knien, ohne dass es wehtut. Kommt keine Nässe durch. Schützt die Knie. Ich habe eh immer ein bisschen Knieprobleme gehabt. Aber das ist echt richtig, richtig gut. So, aber neben dieser wirklich sehr, sehr praktischen Hose für die Schatzsuche, aber auch für alle anderen Outeraktivitäten. Ich verlinke euch übrigens alles in der Beschreibung. Habe ich heute diese Jacke an, ebenfalls von Revolution Race. Und als Unterzieher noch diese Fleece-Jacke, die wirklich sehr, sehr warm ist. Im Übrigen muss ich mich da ein bisschen mit meiner Freundin, liebe Grüße an Anna, streiten. Wir haben uns die nämlich erst einmal bestellt. Ich musste sie mir jetzt noch ein zweites Mal bestellen, weil ich die auch sehr, sehr gut fand, ehrlich gesagt. Anna hatte sich für die entschieden. Aber die ist wirklich richtig, richtig warm, flauschig. Perfekter Unterzieher. Die Jacke hat genug Taschen. Ich habe so viel Zeug mit. Ich habe Autoschlüssel drin. Ich habe Akkus drin. Ich habe sehr, sehr viele Taschen, wo ich eigentlich alles unterbringen kann, was ich brauche. Insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Sachen. Ihr seht, ich habe sie auch ordentlich schon getestet. Das ist alles sehr dreckig. Aber ich habe es für gut befunden. Und deswegen habe ich für euch einen Rabattcode. Und zwar lange 15, damit spart ihr 15 Prozent in den nächsten fünf Tagen. Also falls ihr irgendwelche Outdoor-Klamotten braucht, schaut ihr gerne vorbei. Und in dem Sinne, danke an Revolution Race. Jetzt geht es weiter mit der Schatzsuche und wir gucken, was wir jetzt noch so finden können. Ich bin gespannt. Dann wollen wir doch mal weitermachen mit dem 85er-Signal hier, was aber sehr, sehr groß wirkt zumindest. Mal sehen, was das sein kann oder ob ich mich einfach täusche. Nee, müsste echt groß sein. Was zum Geier ist das denn? Sieht aus wie eine Schatulle oder so. Oder? Das war doch bestimmt eine Schatulle. Ja, ist es das. Ein Scharnier. Vielleicht ein Zigaretten-Etui. Ein altes. Leider nicht mehr ganz intakt, ne? Okay, naja, nicht schlecht. Schon zwei so größere Sachen gefunden. Das Messer und das Etui jetzt, was ursprünglich ja eigentlich wie ein Möh-Signal klingt. Aber es lohnt sich halt auch die Signale zu buddeln. Zumindest hier auf der Fläche. Wie ist ja so ein großes Signal? Was denn los? Das ist unglaublich. 70er-Leitwert diesmal. Das ist auch richtig tief. Das ist ein altes Hufeisen. Und zwar ein Hufeisen, wo das Glück nicht hinausfallen kann. Krass, das ist auch richtig klein irgendwie. Hä? Ist das ein normales Hufeisen? Ist das überhaupt ein Hufeisen? Das sieht echt komisch aus. Aber sollte Glück bringen trotzdem, denke ich, oder? Das war ein ganz, ganz schwaches 77er. Aber bei dem Leitwert und dem Glück vom Hufeisen sollten wir das auf jeden Fall probieren. Auch wenn der Detektor nur gerade so rankommt. Was ist das? Ah, das ist ein... Das ist... Oh, warte mal. Das dürfte ein Fuß sein von einem mobilen Kochgefäß. Wenn ich mich nicht komplett irre. Oder halt von irgendwas anderem. Auf jeden Fall so ein Fuß. Meistens gibt es bei einem Topf irgendwie bei so alten Töpfen irgendwie drei Füße. Und das Teil hier könnte tatsächlich so alt sein, dass das aus dem Mittelalter stammt. Aber das ist schwer zu schätzen. Muss ich einem Archäologen zeigen. Aber sehr interessant. Schön. Cooles Teil. Also eins habe ich einmal schon gefunden. Das ist aber auch schon bestimmt vier Jahre her. Das war jedenfalls aus dem Mittelalter. Und es sah ähnlich aus. Na, cool. Jetzt direkt weiter mit einem 76er-Signal. Das klingt auch richtig gut. Das klingt richtig, richtig sauber. Ihr werdet nichts anderes von mir heute hören. Nein. Ja. Au. Was seht ihr das? Das ist der Abdruck der Münze, die darunter gefallen ist. Ein Pfennig von 1931. Also noch Weimarer Republik. Es gibt aber auch Pfennige wie im vorletzten Video. Die waren 1934. Eigentlich nicht mal Weimarer Republik. Aber sind auch aus der Zeit und mit dieser Prägeart hier gemacht. Deswegen habe ich in dem Video auch geschrieben Weimarer Republik und ich Drittes Reich. Okay. Schöne Münze. Sehr gut. Also bisher läuft es nach dem Hufeisen echt blendend. Kann man nicht sagen. Ich habe es übrigens doch noch bei mir. Und es scheint zu funktionieren. Zwei Meter weiter von dem Pfennig eben. 79er-Signal. Wenn ich ja leid werde. Und es ist schon draußen. War nicht allzu tief. Na komm. Was ist das? Eine Musketenkugel. Eine kleine Pistolenkugel. Auch schon sehr, sehr alt. Und offensichtlich aufgetroffen. Die eine Seite flach. Die andere Seite noch rund. Dies kommt aber nicht ins Coinpad. Das kommt so in die Fundtasche. Zack. 80er. Neben einem Wildtierpfad. Weiß ich mal schon. Ist das eine Säge? Ist das eine Säge? Und eine Sichel. Ist eher eine Sichel. Warte mal. Ja, es ist eine Sichel. Krass. Die stecke ich mal nicht in die Fundtasche. Das ist kein schlechter Fund. Ehrlich. 87er. Klingt ein bisschen größer. Aber sehr, sehr stabil. Und ihr wisst, das mag ich. Werde ich auch jetzt vielleicht auch nicht mehr sagen. Mal gucken. Aber was soll ich sonst sagen? Ich kann nur beschreiben, wie ich das Signal finde. Und dann sieht man, dass es halt trotzdem Müll ist. Auch wenn es ein gutes Signal war. Na ja. So Leute. Jetzt haben wir, glaube ich, mal den Fall, dass ein Maulwurf was mit ausgegraben hat. Was durchaus mal passieren kann. Denn die nehmen alle Fremdkörper mit aus dem Boden. So wie Stein und so. Und es scheint so, als wäre hier ein gutes 75er Signal mit im Haufen. Ja, ich lasse es sogar noch. Na ja, guck mal da. Da ist sie drin. Guckt euch das an. Der Maulwurf hat es einfach rausgeholt. Und es ist einfach eine alte Münze. Aber was für eine hattet. Tja, das werden wir erst nach dem Saubermachen sehen. Die ist nämlich ganz schön verkrustet, aber trotzdem krass. Also Maulwurf, Mitarbeiter des Monats, würde ich sagen. Sehr cool. Schon wieder ziemlich dicht am Maulwurfhügel. Aber ich glaube noch richtig in der Erde. Ist übrigens ein 59er Signal. Also der Leitwert ist ziemlich gering. Aber so ganz, ganz alte Münzen haben teilweise echt keine guten Leitwerte. Also, das ist schon zu tief. Was ist das? Oh, da steht was drauf. Schaldach, Schaldach und dann Firma Lamet. Nee, Lamela. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Plakette. Naja, gar nicht mal schlecht. Keine alte Münze, aber trotzdem cool. Oh, ich weiß nicht. Es ist so schwach, das Signal. Ich kann es nicht lassen. Ich muss gucken, was das ist. Oh, nee. Alter. Was ist das für eine Riesenmünze? Ey, zum Glück habe ich das gegraben. Guckt euch das mal bitte an. Was ist das? Ah, ist eine Wertmarke. Boah, wie cool. Also doch keine Münze, aber trotzdem sehr geschichtlicher Fund. Hier, schön. Wofür war die? Das weiß ich nicht, ob wir das rausfinden. Steht, glaube ich, auch nicht drauf. Schade. Boah, aber ein Megafund. Ich dachte kurz, ey, wenn das eine Münze gewesen wäre, so groß. Aber so ist natürlich auch nicht schlecht. Perfektes Signal. 81er Leitwert. Dürfte relativ flach sein. So. Okay, jetzt ist es nicht mehr perfekt anscheinend. Habe ich es bewegt oder irgendwas? Ach, was? So. Sag mal. Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Was ist denn jetzt passiert? Oh, no. Ja, okay. Nächstes Mal gleich mit dem Grabungsmesser wäre besser gewesen. Gerade bei so flachen Signalen kann man das natürlich easy machen. Ja. Es ist rund. Es ist rund. Es ist 2 Pfennig. Ein 2 Pfennig Stück. 2 Reichspfennig. Wahrscheinlich auch Weimarer Republik, oder? Ja, 24. Na ja, na ja, ist doch schön. Lag irgendwie 5 Zentimeter nur am Boden drin. Aber die Fläche wurde auch schon beackert. Deswegen können natürlich ältere Sachen weiter oben liegen. Und auch umgekehrt. Also moderne Sachen weiter unten, wie das Hufeisen vielleicht. Wobei, das könnte auch älter gewesen sein. Aber so mancher Müll halt, ne? 95er-Signal. Sehr, sehr interessant. Ist auch ein bisschen größer. Gucken Sie. Schöne Dose. Perfekte 86er. So. Ein paar Münzen werden wir heute sicherlich noch finden. Da bin ich eigentlich ziemlich guter Dinge. Aber das hier klingt eigentlich ein bisschen groß gerade. Für eine Münze. Ah, ein Kronkorken. Ah, ne. Uh. Das ist ja ein interessanter Deckel. Okay. Da habe ich auch noch nicht gesehen. Salzschlirter. Brunnen wahrscheinlich irgendwie. Also ich kenne staatlich und königlich Faching. Das sind auch so alte Deckel. Die sehen ähnlich aus. Aber das hier ist mir neu. Ziemlich cool. Aber es ist auf jeden Fall deutlich älter als normaler Deckel. Deswegen ein guter Fund. Siehste? Irgendwann freut man sich über den Krombacher Deckel vielleicht. Wer weiß. So in 200 Jahren. Aber dann ist nicht mehr viel übrig von dem. Was ja auch gut ist, weil die landen halt so oft in der Natur. Wieder so ein ganz, ganz, ganz schwaches Signal wie vorhin. Aber das war ja diese Wertmarke. Wäre die nicht so groß gewesen, hätte ich die auch nicht bekommen bei 30 Zentimeter. Der Detektor hat natürlich auch ein Limit. Ich höre einen Fuchs. Glaube ich. Hört sich ja krass an. Aber wir widmen uns hier diesem schönen Signal. Hoffentlich schön. Hoffentlich schön. Oh, was ist das? Oh, das ist ja eine Riesenkugel. Also da würde ich fast schon sagen, Kanonenkugel zu. Oder sehr große Musketenkugel. Ey, sag mal. Was ist denn los? Hört sich das so an, wenn zwei Füchse streiten? Oh, egal. Auf jeden Fall eine schöne runde Kugel. Und die nehmen wir mit. Die ist sehr schön. Von der Größe habe ich noch nicht so viele gefunden. Okay, an der Stelle mal ein ganz kleines Fazit. Bisher läuft es echt richtig, richtig gut. Wir haben viele Münzen gefunden. Gerade eben diese Musketenkugel, Schrägstrich kleine Kanonenkugel. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob das schon als Kanonenkugel zählt. Ich fürchte leider nicht. Egal. Bisher, wie gesagt, läuft es richtig gut. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst schon mal einen Daumen nach oben. Da würde mich natürlich sehr unterstützen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum ich hier seit drei Jahren nicht war. Weil es ist so viel Fläche und es sind so viele gute Sachen. Egal. Besser später als nie. Die Dinge laufen ja auch nicht weg. Und in dem Sinne machen wir noch ein bisschen weiter. Und dann mal gucken, was wir in den kommenden Videos hier noch finden. Weil ich glaube, ein, zwei Male werde ich hier noch rauf gehen. Bleibt auf jeden Fall dran. Abo nicht vergessen, falls ihr das nicht verpassen wollt. Und dann machen wir mal weiter jetzt. So, direkt neben dem menschengemachten Trampelfahrt diesmal. Ein perfektes 90er-Signal. Hier ist der Boden ein bisschen anders, ein bisschen fester. Aber vielleicht liegen die Sachen dann auch nicht so tief. Und wir kommen alles ran, was hier liegt. Na? Hallo? Das müsste hier sein. Das muss hier sein. Naja. Das ist wahrscheinlich sehr klein, ne? Ja, da liegt... Oh, was ist das? Oh, das ist ein Anstecker, oder? S-Bahnhof Friedrichstraße? Ja, aber müsste ein Anstecker gewesen sein. Oder vielleicht von einer Nadel, oder so eine... Ja, doch so eine Anstecknadel. Mega. Voll der schöne Fund. Cool. Freue ich mich. Also da habe ich nicht gerechnet. Das ist übrigens Aluminium hier, deswegen der hohe Leitwert. Aber bei Alufolie ist das anders. Das Alufolie hat einen ganz, ganz geringen Leitwert. Deswegen grabe ich auch ungern unter 50, ne? Aber der hier, wie gesagt, 90er Leitwert. Deswegen hohe Signale mit kurzen Tönen. Mag ich besonders gerne. So. Es füllt sich weiter. 75. Also die Anzahl der Signale ist echt beeindruckend hier auf der Fläche. Oh. Ich sehe schon die Münze. Guck mal. Also so einfach war es ja fast noch nie. Tada. Ich habe wirklich nur aufgeklappt und dann lag sie da. Und an der Stelle kann ich mal wieder sagen, die Symbole hier werden aus dem geschichtlichen und nicht aus dem politischen Zweck gezeigt. Fünfe Reichspfennig von 1938, also aus dem Nationalsozialismus. Deswegen auch Adler und entsprechendes Symbol aus der Zeit drauf. Die ist aber gut erhalten, die Münze. Das ist eine ganz gute Legierung anscheinend. Gibt es auch nicht ganz so häufig zu finden. Ich persönlich finde eher so Zinkmünzen. Deswegen ist die hier eigentlich echt noch ganz schön. Klar, kommt aus einer dunklen Zeit. Aber an sich ist es eine ganz nette Münze. Ganz bisschen abseits von der Wiese, im höheren Gras. Aber trotzdem gutes Signal. Ja. Ja, 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 ja. Es ist schon wieder eine Münze. Das ist wirklich krass. Uh, was ist das? Hä? Oh ja, 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 die älteste bisher. Und zwar kenne ich da eine 1700, irgendwas mit 80 drauf. Dürfte auch irgendwie eine Silbermünze sein. Ich vermute zumindest, das sind so 24 Eintaler. Das heißt, 24 davon sind Eintaler gewesen. Richtig schöne alte Münze habe ich ewig nicht gefunden. Aber ich freue mich. Cool. Auch nicht ganz so gewöhnlich hier in der Ecke, aber Megafund auf jeden Fall. Stark. Richtig stark. Also es läuft einfach zu gut. Es läuft viel zu gut. Aber das Hufeisen, ich sage es euch, das war das Hufeisen, das hat uns so Glück gebracht, dass es komplett fast voll ist. So, liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir läuten so langsam den Endspurt ein mit diesem wunderbaren 80er-Signal. Ich meine, wir wollen uns ja noch ein bisschen was übrig behalten für die nächsten kommenden Videos. Und wir wollen ja noch nicht alles wegsuchen, aber ein paar Signale machen wir noch. Ein paar schöne Sachen möchte ich noch finden heute. Dämmerung hat, wie gesagt, eingesetzt, aber ein bisschen Licht haben wir noch. Oh, was ist das denn? Ist das schon wieder ein Messer? Ich kann es nicht einschätzen, ich erkenne es nicht. Egal. Es dürfte vielleicht ein kleines Messer sein. Das würde ich ja schon fast als letztes Signal gerne haben, aber ich bin noch gar nicht bereit, hier das letzte Signal aufzunehmen. Ich bin noch so motiviert. Es fällt mir echt schwer, heute ein bisschen früher aufzuhören, aber wie gesagt, wir wollen uns ein bisschen was übrig lassen hier. Komm schon. Sei was Gutes. Ja. Ist schon wieder rund, ey, das ist, das ist unglaublich. Das ist so eine krasse Wiese. Das neue Jahr fängt einfach mega gut an, was das gute Funde anfängt, an, äh, betrifft, egal. Was haben wir hier, einen schönen Pfennig, deutsches Reich von 1900, nee, 1893 mit dem Kaiserreichsadler hinten drauf. Jo, schöner, schöner Glückspfennig. Kann ich nie genug haben von. Finde ich immer sehr schön. Sind auch noch schön patiniert und lassen sich gut sauber machen. So, das könnte eines letzten Signales würdig sein. 83er. 83. Dann wollen wir doch mal sehen, was das hier ist. Ja, 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 ich sehe, es ist rund. Ey, das läuft so krass hier. Kannst nicht glauben, wie viele Münzen hier liegen. Das ist ein 10-Reichspfennig-Stück. Relativ gut erhalten noch für den Zink, für eine Zinkmünze. Das meine ich vorhin bei dem 5-Reichspfennig-Stück. Äh, 1941, ebenfalls drittes Reich. Aber nein, das ist nicht der letzte Pfund. Ein gutes Signal machen wir noch. Guck, jetzt wird er schon wieder übermüßig hier, der Max. Er will schon wieder zu viel des Guten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir noch eine schöne Münze finden. Oder irgendwas anderes Schönes, was außergewöhnlich ist. Weil Zinkmünzen haben wir jetzt zwar lange nicht gehabt, aber es sind im Prinzip nicht die Besten. Na gut, 68er, das soll es sein, das letzte für heute. Ich habe jetzt irgendwie schon 10 Mal Müll gefunden wieder. Aber vielleicht reicht die Glückssträhne jetzt für diesen letzten Pfund nochmal aus. Denn ich habe das Gefühl, für heute ist das Glück vorüber. Wir brauchen ein neues Hufeisen oder so, nächstes Mal. Oh, was ist das? Hä? Eine Pfeifendeckel? So tief, so schön groß und rund und dann ist ein Pfeifendeckel. Na ja, ist ja jetzt im Prinzip auch nicht der schlechteste Pfund. Ist auch ganz nett verziert. Ähm, aber das zählt nicht. Das zählt nicht. Einen guten Mal haben wir noch. Es ist schon wieder kein Ende. Also letztes Signal, Nummer 11, folgt jetzt. So, das ist es. Mitten hier, wo die Wildschweine alles aufgewühlt haben. Einziger Vorteil von den Viechern ist, dass wir 10 cm tiefer kommen, weil oben der Rasen komplett abgetragen wurde. Und wir hier schön an die Tiefensignale rankommen. Aber wie gesagt, ist eh eigentlich eine bewegte Fläche, deswegen hat das jetzt auch nicht so viel zu heißen. Oh. 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 Bitte. Bitte, bitte. Ja, oder? Sieht gut aus. Wartet. Ich dachte ganz kurz, dass es vielleicht ein Abzeichen ist. Aber, weil das vielleicht ein Hufeisen, das wäre ja ein witziger Pfund. Weißt du, so eine Reitauszeichnung oder sowas. Ich sehe halt nicht, was in der Mitte ist. Das müssen wir beim Saubermachen feststellen. Aber hier hinten sieht mir ganz klar noch ein Anstecker aus. Und wenn das ein Hufeisen wäre jetzt hier zum Schluss, zum Ende der Glückssträhne, das wäre natürlich auch irgendwie ein cooler Pfund. Na gut. Das ist er. Wäre auch schade gewesen, wenn mir heute nichts runtergefallen wäre. Wo ist es hin? Kann ja nicht wahr sein. Ach so, da steckt es hochkant drin. Ja, genau. Letzter Pfund. Das war's. Cool. So, heute gibt es mal wieder eine ganz kleine Zusammenfassung von allen Pfunden. Wir haben Pistolen oder Musketenkugeln, beziehungsweise Kanonenkugeln vielleicht, Pfeifendeckel, irgendein Abzeichen, dann eventuell zwei Taschenmesser. Diese Plakette hier, ihr habt schon gesehen, was draufsteht. Ein scheinbarer Ring. Wahrscheinlich kein Ring. Irgendwie ein Kronkorken-ähnliches etwas, aber schon älter. Dieses Teil hier könnte das älteste sein. Wie gesagt, irgendein Fuß vom Gefäß oder sonst was. Ein Hohlknopf, Patronenhülse, Anstecker und dann etliche Münzen. Also, wie viel sind es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stück. Jetzt geht die GoPro aus. Schade hatte ich eigentlich für den Ton an. Egal, dann nehmen wir den Handy-Ton. Ja, schöne Münzen dabei. Die hier ist die älteste, wahrscheinlich 1700 irgendwas. Und Wertmarke. Ja gut, ist eigentlich keine Münze. Also, neun Münzen, eine Wertmarke. Aber mega, oder? Kann sich so richtig sehen lassen. Richtig gute Ausbeute. In dem Sinne, Freunde, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Heute war auch wirklich erfolgreich. Ihr seht, jetzt wird es langsam dunkel. Also, perfekter Zeitpunkt, um die Glückssträhne zu beenden. Im nächsten Video geht es weiter. Ob hier, weiß ich noch nicht. Aber irgendwann werden wir wieder hier zurückkehren. Und es wird keine drei Jahre dauern. Diesmal vermutlich. In dem Sinne, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Das ist natürlich kostenlos und würde mich sehr unterstützen. Genauso wie einen Daumen nach oben, habe ich vorhin schon gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag, 15 Uhr. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welcher von euch am besten gefällt. Ob euch Münzen am besten gefallen oder doch die richtig alten Sachen, die Taschenmesser. Schreibt es gerne rein, würde mich interessieren. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein und danke fürs Zuschauen.